Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zu Medieval Dynasty, wieder gemeinsam mit dem Jens. Moin. Hallo. So, meine Stimme versagt ein bisschen, nachdem ich drei Stunden heute Supermarket Simulator aufgenommen habe und mit dem Joe schon aufgenommen haben und wir auch schon zwei Folgen haben, kommt meine Stimme so langsam an die Grenzen, das heißt ich muss nachher später mal einen Tee trinken. Ja, ist eine gute Idee. Mhm. Wollte ich auch noch so eine Revoice-Tablette? Das wäre natürlich auch geil. Ich glaube, ich habe keine mehr. Ja. Gebe ich mal bei der FSL mit. Boah, guck mal da, was ist denn da alles da hin? Uh, meinst du, wir kriegen so ein, das sind Kühe. Äh, wir dürfen denen nicht ihre Kühe niederschießen, sonst sind wir, glaube ich, im Eimer. Ist das so? Ja, ach, das heißt, hier können wir Kühe kaufen. Ein Kalb kostet 375. Das geht eigentlich, ne? Ein Bulle kostet 1350. So, sieht aber schon brutal aus. Oh, warte mal hier. Oh, da sitzen Leute, komm mal mit. Ach, die sitzen hier. Ja, ja. Ja, wow. Brauchen wir gar nicht so weit laufen, da müssen wir gar nicht ins andere Dorf. Ja doch, zum Schweine kaufen. Ja, aber wovon willst du Schweine kaufen, mein Freund? Also, ich habe 500. Was ist das? 500, ja. Ja, ich habe 100 Fleisch und knapp 100 Pelz verkauft. 100. So. Ähm. So, sollen wir alle holen? Ja, wir holen einfach alle, klar. Einfach alle mitten hier. Äh. Ah, es geht nicht mehr. So, jetzt ist Feierabend. Ah, ich habe gehört. Zwei Kunden. Ah, okay. Jetzt haben wir nicht zu wenig Ruf. Kriegen wir die noch in das eine Haus? Weil das eine ist doch leer. Ja, warte mal ab. Lass mich so erst mal hier, ne? Ah. Wie den in einer Holzschuppen bauen hier. Oh ja, ist eine gute Idee. Arbeiter zuweisen. Ähm. Da. Zack. Der soll, was soll er machen? Brennholz, ne? Ja, am besten. Also, 40% Brennholz und Holzstimme, ne? Ja. Genau. Das klingt gut. So, die andere, die können wir, glaube ich, in die... Gucken wir gleich. So. Haben wir gemacht, ne? Sehr gut. Okay. Das haben wir. Dann brauchen wir noch eine Person in der Kräuterhütte, ne? Oder? Äh, ja. Da könnte man ja sie reintun. Oder lieber jagen gehen. Ah, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, jagen. Sagen wir auch eine Idee. Äh, Kräuterhütte bringt halt im Winter nicht so viel, dann... Ne, ne. So, das haben wir eingestellt. Häuser. Ich guck mal. Haben wir noch irgendein Haus? Oh ja, wir haben ein komplett leeres Haus. Da können wir... Ist denn die Person hier, einmal die Bodhis Lover und einmal die andere Person. Sehr schön. Gut, habe zugewiesen. Und dann gehen wir aber trotzdem jetzt hier Schweine kaufen, ne? Komm, let's go. War gut zum Schluck trinken hier? Ja, ich war auch... Ne, trinken war ich nicht. Ich habe eine Ente geschossen. Und war baden, ja. War es baden? Ja. Oder man hat Zeit. Ja, ich war schon wieder dreckig, eh. Das geht echt schnell, ne? Es ist ab normal. Aber ich glaube, unser Winter wird sehr kalt für uns, Stefan. Ist egal. Wenn so eine Filzwesse kostet es halt 1400. Ja, können wir uns nicht leisten. Leidst du selber, ne? Vielleicht dürfen wir anschreiben. Meinst du? Ne, ich glaube nicht. Ah. Könnten sie auch klauen. Guck mal. Laubhaufen. Kann man sammeln. Hä? Oh, zehn Münzen. Ey, da sind Münzen drin. Ah. Ha. Leute. Sehr gut. Ich glaube auch. Das kenne ich auch noch nicht. Was wir diesmal auf jeden Fall nicht müssen, ist den Sumpf durchsuchen, weil den haben wir ja schon geplündert. Ja, den haben wir schon komplett geplündert. Haben wir ja schon. Hat ein bisschen Witcher-Vibes, ne? Ja, vor allen Dingen halt der Baum, ne? Ja, der ist schon... Der sieht halt genauso aus wie euer Witcher. Ja. Da hinten ist er. Ja, und auch mit dem König des Sumpfes, ne? Ui. Oh, Entschuldigung. Ah. Komm. Kacken. Weiter geht's. Mit dem Nebel jetzt, das ist so cool. Bei uns ist es auch gerade extremst neblig. Echt? Ja. Das war total... Na gut, es war ein bisschen bewölkt oder so? Nee, erst heute Abend dann. Ah, okay. Also am Mittwoch soll bis 20 Grad werden, ey. Das wird auch heftig. Schön, ey. Ja, bin ich auch mal gespannt. Glaube ich auch erst, wenn ich sehe. Du bist noch ein bisschen andere Gefilde wie ich, ne? Ja, ja. Was ist denn noch? Warte mal, hier sind die ich. So. Ach, guck mal, hier ist auch noch so ein Laufhaufen. Ach. Und, wie fährst du diesmal? Das sind drei Stücke. Ach, ja, Mensch. Das ist immer unterschiedlich, was du wahrscheinlich bekommst. Ich hab jetzt eigentlich gehofft, du sagst sowas wie 1000 Münzen oder so. Ja, das wär schön, ja. Ist ja aber leider nicht. Ich wär auch nochmal dafür, dass wir irgendwie so einen Karren von Banditen irgendwie finden. Ja, und ich... Oh, hier. Da waren wir schon. Ja. Wir haben schon wieder alles geplündert hier. Gibt es hier irgendwelche Tiere? Könnt ihr auch mal ein bisschen nachspawn, das Zeug, ne? Ja, irgendwie schon. Ach, komm, wir sind schon da, ne? Ja, Mensch. Hätte jetzt auch nicht gedacht. Wie dir die Bombe gefällt. Aber wir nicht. Nee, ne? Nee, die gehören zum Dorf. Nein, steck hier jetzt schade. Steck mal die Waffe weg. Oh, da war wieder eine Krähe. Nichts mehr. Guck mal hier. Zweige sammeln. Das geht. Ganz ja echt ordentlich Sachen sammeln. Ah, sind Zweige drin? Okay. Nee, alles gut. So. Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen. So, hier haben wir den Kutscher. Sehr cool. Also ein Weibchen kostet 675 und ein Männchen auch. Wir könnten theoretisch ein Weibchen und ein Ferkel vielleicht mitnehmen. Wo bist du denn? Im Schweinestall, den wir gebaut haben. Ja. Andere Richtung. Einmal rumdrehen. Hier, wo die Fackel leuchtet. Andersrum. Nochmal. Ach ja. Ja, aber können wir uns das ja nicht leisten, oder? Also ich habe 443. Hast du noch 200 Münzen? Ne, 100. Ha. Das ist schlecht. Reicht nicht. Das ist eine Guck. Ah. Können wir hier noch irgendwas zum Jagen? Das ist eh gleich wieder Stocktumster. Und dann ist es auch schon Winter, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, hier hinzurennen. Mensch. Aber auf den Dunkel hören hier. Ich dachte, die waren günstiger. Entschuldigung. Mal gucken mal da hinten, wo wir da noch ein bisschen... Weißt du, ob wir da jemanden mitnehmen dürfen? Nee. Also es ist ein Allgemein-Club hier. Ja, es ist allgemein. Du kannst jetzt jeden wieder ansprechen, aber die sagen dann, du brauchst tausend Reputationen. Wie viele Reputationen haben wir denn? Ja, gut. Es fehlt nicht mehr viel, ne? Wo steht das eigentlich nochmal? Bei Verwaltung? Ne, einfach bei Verwaltung oben, ja. Dynastie-Reputation. 946 haben wir. Ah ja. Kriegt man auch noch hin. Jo. So, oder kann ich irgendwas herstellen jetzt hier? Natürlich nicht. Ich kann auch nichts herstellen. Bei Steinmesser brüchte ich Stöcke. Okay. Stöcke, dann kann ich Steinmesser herstellen. Besser wie nix. Ist kaputt. Sehr gut. Zweige. So, sagen wir mal ein bisschen weiter hier. Ah, es macht ja keinen Sinn jetzt irgendwas zu produzieren, als wir zurückgehen. Also, es macht echt keinen Sinn jetzt auf Krampf. Wegen einem Schwein. Wir brauchen zwei, wenn. Ja. Lass wir da zurückgehen. War halt ein Schuss in den Ofen. Ja. Du wolltest unbedingt hier hin. Ich dachte, du hättest genug. Ja, ich dachte, die kosten 375, aber dann waren das die Schafe in dem Fall. Ja, die waren wahrscheinlich günstiger. Ich laufe jetzt mal querfelt ein hier. Ja, ich glaube, das ist besser so. Ist ja hell genug. Hier brauchst du auch keine Fackel. Nee, das geht eigentlich. Ja, Capit, Ente, aber du siehst sie nicht. Doch, die siehst du schon. Klar, die stehen hier auf dem Wasser. Oh, da drum ist ein Reh. Oh. Auf dem Rückweg wieder was verkaufen. Sobald die Zeit rum ist, laufen wir eh gleich im Schnee. Ach. Hast du jetzt auf das gleiche Reh geschossen? Nein, ich habe noch gar nicht geschossen. Achso. War so aus. Nee, ich war erst am Anzielen. Oh, er sind ganz viele. Ui. Ach, musstest du dich jetzt wegdrehen, Junge. Da sind die echt zu schnell weg, ne? Es wird auch dunkel, da siehst du nicht mehr so. Ja. Ja, also die Armbrust ist zum Jagen nicht ganz so geeignet manchmal, finde ich. Nee. Oh, einer ist down. Sehr gut. Den Hirsch getroffen. Sehr gut. Hallo, getroffen. Er ist nicht down. Kürz einfach ab. Er ist down. Sehr gut. Wir gehen mal kurz zum anderen Tier hier. Hirschkuh häuten. Würde ich jetzt wegdrehen. So. Oh, ja. Fünf Leder, zwölf Fleisch. Gehen wir zum Hirsch. Gut. Tip top. Oh, jetzt habe ich zwei angeschlossen. Mein Messer ist kaputt. Sehr gut. Sehr gut. Wo bist du, wo sind die? Hier vorne. Das eine ist jetzt down, das andere ist nicht auch angeschossen. Nochmal getroffen. Wo sind sie noch mehr? Ja, das so ging es mir halt auch. Deswegen habe ich ja die andere auch aus Versehen durch den Busch angeschossen, obwohl ich die andere wollte. Ist auch down? Sehr gut. Oder? Ah, doch hier. Äh, musst halt hier hin, weil ich habe nichts mehr. Moment. Und ich bin hier. Einfach geradeaus durch den Busch. Hier. Hier. Wer ist hier, Schkuh? Hä? Ja, im Busch, Mann. Im Busch. Ja. Hier. Ich sehe dich gerade nicht mal. Du siehst mich nicht hier. Hinter dir. Ach da, hi. Hier. Hier, hier drin ist sie. Ah, da. Mensch. Jens. Ist das du bist da? Ich habe schlechte Augen. Ich habe schlechte Augen, ne? Jetzt können wir sowieso nicht handeln. Nee. Nee, komm, wir gehen wieder zurück. Ab nach Hause. War ja sehr erfolgreich hier. Ja, eigene Ahoiagdgebiet Wolfs, sehr gut. Wohl lieber mal die Axt noch dazu raus. Oh, das ist einer. Ich renne weg, hinter dir. Ja, ich weiß nicht. Aber ich würde gewissen. Ich würde auch gewissen. Oh, oh. Mist. Ich habe keine Axt. Ich habe gar nichts bei. Ich sterbe, ich sterbe. Und jetzt ist ich tot. Ach, nee. Wie spawnen immer. Ja, du darfst dann, du bist dann da, daheim. Ja. Du musst das. Aha. Warte, ach, nach dieses Spiel. Habe ich noch die Sachen aus dem Elementar? Ja, habe ich noch. Geil. Ah, das haben wir eingestellt. Lass uns das behalten, ne? Ja. Ich bin auch daheim. Ist auch tot? Ja, wir haben heute, hat mich der andere Wolf getötet. Ah, schön. Sollen wir schlafen? So, ja, machen wir mal. Dann geht es ab in den Winter. Warte, ich muss mal kurz hier raus. Ja, wir werden mal pennen, wa? Bis zur nächsten Jahreszeit. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, hier. Oha. Winter ist coming, Leute. Oh, Reputationen haben sich verändert. Wer ist gescheitert? Ach so, ja, wer will. Oh. Das ist weiß, Leute. It is cold. It is cold outside. Ja. Schön. Gut, dass unsere... Sie aufwärmen. Dass unsere... Unsere Anwohner, die haben wenigstens Pelzmäntel. Ja, die sind gut ausgestattet. Ist schon mal gut. Man kennt's mal wieder. Ja, ja, ist egal. Mit alles übergewertet, finde ich. Ja, kann ich gerade sagen. Ja, Stein. Zehn. Das Dorf sieht echt geil aus beim Winter, ne? Ja, im Winter sieht alles besser aus in Spielen, finde ich, ganz oft. Sieht halt einfach richtig gut aus. Weil ich setze mich mal hier hin zu den Typen. Oh, da können wir gleich noch da reintun. Wie will ich jetzt hierher nicht hinsetzen? Kann sich nicht hinsetzen und ausschalten. Das geht leider nicht. Musst du wieder davor? Na, jetzt geht's. Da kommen sie jetzt hier auch noch dazu. Sagen Sie mal, gehen Sie mir aus dem Weg. Brauchen wir nur noch ein Feuer hier eigentlich. Wo ist das Feuer hier? Haben wir hier nicht ein Feuer platziert? Ja, aber das geht ja irgendwann weg. Hä? Gibt es kein permanentes Feuer? Ah, doch die ganz großen, ne? Ja. Die haben wir halt noch nicht, ne? Die haben wir echt noch, ne? Das sind alle schwer. Siehst du, er sagt auch, wir brauchen Feuer. Geh auf, Junge. Willst du drüber bauen? Warte mal. Oh, ich höre den Wacken. Hilft das? Ach ja, tatsächlich, das hilft. Brennholz brauchen wir. Und das andere Schema können wir uns doch nicht kaufen. Nein. Sehr gut. Stein und Brennholz. Und das ist halt ein steinumrandes Lagerfeuer. Das bleibt auf jeden Fall ewig. Okay. Ja, das bleibt auf jeden Fall ewig. Und lass mal kurz in die Fallen gucken. Unsere Fähler sind alle bestellt. Das ist auch schon mal gut. Oh, das ist vorteilhaft. Ja, I'm freezing. Ich weiß. Was geht eigentlich? Wenn du rennst, dann geht's. Ja, ne? Hey, also unser Hühnerstall ist komplett voll, ne? Wir haben keinen Platz mehr. Können wir vielleicht mal ein paar verkaufen, Spieler. Ja, wenn die Küken voll fertig sind, oder? Wie viel ist denn so ein Tier wert hier? Das ist eine gute Frage. 15. 33. Die kannst du direkt aus dem Menü verkaufen. Oh, okay. Aber es glaube ich... Ja, ansonsten kannst du sie nicht verkaufen, weil er hat keinerlei Möglichkeit dort. Ja, gut. 15 ist halt jetzt auch nicht so viel, ne? Nee, stimmt. Aber ich glaube, Kleinvieh macht dann auch Mist, ne? Also wenn du dann mal so ein ganzes tolles Ding hast. Ja, gut, das ist das andere wieder, ja. Ja. Ich muss mal meine Axt wiederholen. Aber was ich schade finde, ist, dass das Wasser nicht ganz gefriert ist. Das finde ich halt auch cool. So Eisfischen oder so, ne? Das wäre echt cool, das stimmt, ja. So, ich will mal kurz was gucken, denn wir können ja schon mal... Ähm... Tierhaltung? Nee. Wann, was ist jetzt hier? Dienstleistung, Produktion. Hier, überleben. Fischerhütte. Wenn die wegkriegen... Ach stimmt, die Fischerhütte haben wir ja auch noch, ne? Aber die können irgendwie setzen sich gerade. Das Wasser hat wahrscheinlich nicht zu tief genug ist. Äh, okay, das ist schade. Also hier nicht, aber vielleicht auf der anderen Seite. Ich guck mal. Wie konntest du eigentlich nochmal die Wände verputzen? Äh, musst du einfach den Modus umstellen. Ach stimmt. Und vielleicht im Haus das entfernen, verputzen. Ah, mit Ton. Okay. Wo geht das? Also Lehmbewurf, glaube ich, ist das. So nennt sich das. Wie viel Ton haben wir denn? Ton, Ton, Ton. Also hier kannst du auch nicht... Wir brauchen einen größeren Fluss. Also hier kannst du nix machen. Ach, das ist schade. Hier wird es wahrscheinlich nix gehen. Ne, ist auch gar kein Fisch, weil... Der ist nicht tief genug. Ich glaube, du brauchst so einen, wo du auch baden drängen kannst. Ah, okay. Ah, dann können wir die Fischerhütte ja da hinten machen, wo die Bären sind, oder? Ja. Die sind jetzt ja theoretisch nicht mehr oder spawnen die wieder. Ich guck mal. Wie macht man eigentlich Tonbewusst? Machst du hier in der Hütte, in der Landwirtschaftshütte. Ah, okay. Da stellst du das ein. Ja. Das sind Luchs. Oh, die Bären sind wieder alle da. Ah, sehr gut. Das kann man richtig gut jagen, ne? Ja. Sehr gut, die Dings sind ja auch wieder da gewesen, ne? Hinten am Fluss. Warte, ich guck mal kurz, ob man die hier platzieren kann. Äh, warte, der Bär hat mich, glaub ich, gesehen. Ist schlecht. Ne, ich hab Abstand. Ah, da Tonbewusst. Ah, du brauchst noch Stroh dazu, okay. Und wir müssten das Schema kaufen für den Tonbewusst. Ja, klar. Uh, wir haben 443, das heißt, wir können Werkzeug kaufen. Uh, ich hab, ich hab einen Seeadler, hab ich, äh, verstanden. Oh. Oh, was macht der? Der war grad hier. Ich mach mal kurz ein Messer her. Da können wir den mal fix häuten. Ähm. Soll ich ein Schema kaufen, Kupferhammer und Kupferaxt? Jaja, macht Sinn, wenn du Kupfer hast. Ja. Sehr gut. Hier geht's. Naja, hätte ja auch sein können, du sagst Kupfermesser zum Beispiel oder die Sichel. Wir haben kein Problem mehr mit Dingens, ne? Mit, äh, Brennholz. Ja, Gott sei Dank. Guck mal, ob man hier, äh, eine Hütte bauen kann. Warte mal. Das wär, das wär sehr gut. Scheiße, Hütte, Wasserwerkzeug, Kupferwaffen. Versperr, Kupferpeile. Nee, kannst du ja auch nicht setzen. So, darf ich dann, was brauch ich dann jetzt da noch? Ähm. Geht hier nicht, nee. Geht auch nicht, Jens. Kannst vergessen. Schade. Ja, ist ja echt schade, ne? Okay. Kupferparen. Oh, ich bin gestorben. Oh. Warum? Weil ich, äh, vorm bin. Ah, okay, dann geht's ja. Hier muss man mich irgendwie heilen oder so. Hab ich einen Heiltrank hier noch? Ah ja. Der Ertrank des Heilens. Also Stefan, jetzt könnten wir Geld für Klamotten kaufen. Und ich kann nämlich Kupferhemmer und so herstellen. Ich stell grad für jeden für uns einen Kupferhammer mal her. Mach mal fertig. So, jetzt brauchen wir noch zwei Holzstämme und dann machen wir noch zwei Kupferexte. So, jetzt bin ich wieder geheilt. Und wir fix was essen noch. Da ich hier eh ins Materiallager muss man echt einen Kupferhammer für dich reiben, ne? Oh ja. So, Holz. Also Fleisch haben wir mehr als genug hier jetzt im Lager. Bär, Holzschalen. Wo ist denn unser Holz? Holzschalen, Holzschaufel. Kuhlsuppe ist noch da. Ich bin manchmal lieber rein hier. Oder reicht da echt eine? Krass. Und mal? Ja, die ist abnormal. Sehr gut. Gut, Leute. Aber. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir sind schon wieder am Ende hier. Ja, Mensch. Wir haben auch kein Holz mehr, Mensch. Nö. So. Nächste Folge geht's weiter. Ab im Winter wibbern. Und danke fürs Einschalten, Leute. Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. So. Da können wir beim nächsten Mal, also in der nächsten Woche, dann losziehen. Genau. Ah, Holzstämme. Kupfer. So, dann sind jetzt alles Screenshots im Winter. Das ist mir auch egal. Das ist mir auch egal. Zack. Hast du alles? Ja. Jetzt habe ich alles. Ja, jetzt Frosting. Ich war schon gespeichert. Sehr gut. Raus. 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 Raus.